Marie-Anne Fliegel ist eine deutsche Schauspielerin. Biografie Marie-Anne Fliegel wurde in Lipzern geboren und wuchs später in Rostock auf. Sie absolvierte zwischen 1960 und 1963 die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin. Seit 1963 hatte sie ihre ersten Engagements unter anderem an den Theatern Görlitz und Gera und am Neuen Theater in Halle sowie bei der DEFA. Seitdem spielte sie in vielen Rollen in Fernseh- und Filmproduktionen. Meist tritt sie in Nebenrollen auf. Theater Ein Gespräch im Hausestein über den abwesenden Herrn von Goethe-Landestheater-Halle. Bernarda Albershaus Neues Theater-Halle Regie Frank Kastorf Andorra Neues Theater-Halle Regie Urs oder Matt Der letzte Yankee Neues Theater-Halle Regie Peter Sodan Käthchen von Heilbronn Neues Theater-Halle Regie Vadim Glonne Richard III Neues Theater-Halle Regie Manfred Wegwert Der gute Mensch von Saison Neues Theater-Halle Regie Axel Richter Kindertransport Neues Theater-Halle Regie Harald Fuhrmann Asche und Aquavit Neues Theater-Halle Regie Andreas Knaub Arsen und Spitzenhäubchen Neues Theater-Halle Regie Christian Weise Sekretärinnen Neues Theater-Halle Regie Frieder Venus Strindberg-Projekt Ta-Frankfurt Regie Robert Schuster Antigan Schauspiel Hannover Regie Josep Gallindo Filmografie 1963 Christine Regie Ruf 110 Schwellbrand 1998 Tattuart Ein Hauch von Hollywood 2001 Ninas Geschichten Regie Josef Orr 2002 Honey Baby Regie Mika Kauris Miki 2003 Tattuart Rotkäppchen 2007 Die Frau vom Checkpoint Charlie 2008 Ein Teil von mir 2008 Der Tod meiner Schwester 2008 Einer von 10.000 Regie Niki Stein 2009 2010 2013 Der Dicke Regie Oliver Domenget 2009 Mord mit Aussicht Regie Thorsten Wacker 2009 Mensch ohne Hund Regie Jörg Grünler 2012 Fla Elise Regie Wolfgang Dinslage 2010 Kehrtwende Regie Drotza Havi 2010 Tattuart Schlafende Hunde 2011 Tattuart Altes Eisen Regie Mark Schlichter 2011 Soko Wiesma Regie Hans Christoph Blumenberg 2011 Tattuart Nasse Sachen 2012 Sein größter Trick Regie Martin Menzel 2012 Notruf Hafenkante Regie Rolf Wellingerhof 2012 Und alle haben geschwiegen Fernsehfilm Regie Drotza Havi 2012 Für Elise 2013 Alles klarer Fernsehserie Regie Thomas Freundner 2015 Die Kanzlei